Äh, Haare reißen ist ja nicht lustig. Schönen Sie? Ja doch, das ist lustig. Hä? Haare reißen, aber auch. Aber du hast ja nicht viel. Ja, Haare aber nicht so viel. Das wird noch, gell? Oh ja. Hä? Der Opa ist müde heute ein bisschen. Was für her? Ja, was ist gut? Ja, was ist gut? Was will der denn? Was will der denn? Der wird zu dir. Schau mal, schau. Geh mal her. Schau. Ops. Schau. Hey. Hm? Hm, du. Hi. Was ist denn jetzt? Ich glaube, das Handy ist interessant, gell? Mama, der will eher so ein Handy wie zu mir, gell? Ja. Ja. Cool. Ein schöner Beruf, Elektriker, gell? Ja. 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 Ein schöner Beruf, Elektriker, gell? Ja. Die zerte Schlüssel sind so frei. Heutzutage wollen die Kinder nur die Handys. Ah. Guck, guck. Guck, guck. Guck, guck. Guck, guck. Guck, guck, guck. Guck, 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 guck. Hi, schmucke Bärli. Hi. Wo bist du denn? Hm? Du schaust, hm? Hm? Oh. Ich bin ja. Was haben wir denn da? Hey! Willst du jetzt schon? Du tust dummer auslösen. Du bist ein Falscher. Du bist ein Schlingel. Du tust dummer auslösen. Schlingel, gell? Ja, hi. Hi. Mein Name? Ja. Ich habe mir seine Familie geguckt, weil er hat sich extra für Mühle altzeiten. Da hat sich den Papa gebringt und hat den Pferde. Da kommt halt einiges rein. Da hat sich seine Geschwister alle drin, wenn er sich guckt, was er am Papa die Geschwister hat. Da habe ich halt immer die Neuigkeiten. Dann können wir es nicht mehr schicken, Lügel. Warte, du mal rüber da. Wenn ich so geschlankt, dann können wir es nicht mehr schicken, Lügel.